Alle Spiele der Regionalliga-Fest. Live und on demand auf Sport.Total. Lippstadt also von links nach rechts in schwarz-rot. Köln von rechts nach links in den weiß-roten Trikots. Selimerck pfeift an. Los geht's! Halbauer. Wladimir Wagner. Erster guter Abschluss der Partie. Halbauer. Gute Ballannahme. Schön verarbeitet. Nimmt Viktor Mayer mit. Toller Pass. Mayer jetzt. Viktor Mayer! Hat das 1 zu 0 mehr als auf dem Fuß für den SV Lippstadt. Traumpass von Phil Halbauer. Und dann macht Dieziliates sich ganz, ganz breit. Behauptet er gut den Ball. Da spielen sie schnell. Viktor Mayer jetzt gegen Dieziliates. An Dieziliates vorbei. Viktor Mayer! Nummer 14 in dieser Saison. Legt den Ball da. Dieziliates vorbei. Und braucht dann hinterher nur noch einschieben. Die leichteste Übung für den Top-Torjäger des SV Lippstadt. In dieser Partie. Na Jombe. Maximilian Schmid. Jetzt vielleicht. In der Mitte. Und diese Geschichten schreibt der Fußball. Lukas Notbeck. In seinem letzten Spiel für die Kölner. In seinem letzten Spiel der Karriere. Aber mal dermaßen blank gelassen in der Mitte. Das hat er, glaube ich, seit der Elfjugend nicht mehr erlebt. Und dort zu spielen. Die Kölner, den Kölner FC, die Viktoria und die Fortuna. Henry Matter. Phil Halbauer. Halbauer. Jetzt nimmt das doch mal Züge eines Fußballspiels an. Matter nimmt Halbauer mit. Der fackelt nicht lange mit seinem starken linken Fuß. Schließt ab. Und dann geht es aber doch eine Etage übers Tor. Walgminghaus. Na Jombe. Hat Zeit. Na Jombe. Und jetzt im fußballerischen Ruhestand wahrscheinlich erst mal. Ufuk. Gut gemacht. Mit viel Tempo. Nimmt Victor Meier mit. Und der findet Wladimir Wagner nicht. Erste gute Aktion. So wie hier. Henry Matter. Nochmal mit all seiner Klasse. Richtig starke Solo. Toller Pass von Matter auf Meier. Meier. 54. Spielminute 2 zu 1. SV Lippstadt. Victor Meier. Aber er wird es mir verzeihen. Nachdem ich in Halbzeit 1 schon mindestens 50% dem Vorlagengeber gegeben habe. Hier sind es 90%. Ein unfassbares Solo. Es kam mit seinem sechsten Einsatz der 20-Jährige. Und weiter geht es in eine Richtung. Halbauer. Altun. Meier. Matter. Henry Matter. Und Trautner ist da. Weidminghaus. Haufen auf den einen Fehler in der Vorwärtsbewegung, um dann schnell umzuschalten. Der kommt aber nicht stattdessen. Suchanek. Und das war's. Damit ist die Regionalliga-West-Saison 2022-2023. für den SV Lippstadt und die U21 vom FC Köln in den Büchern. 2 zu 1 gewinnt der SV Lippstadt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Ja, alles gut.